Und wieder mal sind wir am Bahnhof Königswinter. Die Lennertzwerke, die ehemaligen Hallen, die Hallen sind ja auch da. Und auf zum nächsten Cage. So, hinter diesen Wäldchen verbirgt sich eine kleine Halle, eigentlich schon eine weiters größere. Die wär mal interessant. Und dahin gehen wir jetzt weiter, die nächsten Cage. Zwei habe ich heute schon, da habe ich auch noch nichts von gefilmt. Der eine ist ziemlich nah da vorne dran. Und dann, da habe ich auch noch nichts von gefilmt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, wie ihr seht, ist es am Parkplatz und da ist sehr viel los, das ist nur das kleine Teil. Hinter dieser Hecke da hinten ist noch viel, viel mehr. Also ich konnte vorher nicht filmen. Keine Chance. Hierzu würde ich natürlich dann noch weiter vergessen, wo ich hier drin war, den zu filmen. Aber ich habe ihn jetzt gefunden. Aber ich sage natürlich jetzt nicht, welcher Cage das ist. Ich muss euch mal kurz auflegen. So, da bin ich wieder. Okay, dann werden wir mal ganz vorsichtig. So, ich hoffe, die bleibt da oben. Ich hoffe, die fällt nicht raus. Okay. Die bin ich zwar nicht hergekommen. Der fiel direkt zum Versteck, das muss nicht sein, dann nehmen wir über den, wo ich hergekommen bin. So, da mir jetzt so viel verkehrt ist, mache ich mir wieder die Kamera aus. So, das sieht doof aus. Okay. Bis zum nächsten Mal.